Ja und willkommen im nächsten Video wir wollten an unserem Angang an unserem anderen Ausgang Glas machen, Glas hin bauen laufen da jetzt erstmal hin so so wo muss hier überall Glas hin ähm hier 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 da da hier genau und dann da und dann sind da Glas alle okay wir graben uns hier mal weiter das war unsere kleine Kohle Mine was sehe ich denn da also erstmal bringen wir hier eine Fackel an so jetzt graben wir die Wand hier weg so dass man hier rein laufen kann und das ist Eisen war die Höhle ja richtig erfolgreich und da drunter ist noch mehr Kohle also Kohle haben wir jetzt erstmal genug nicht nicht sondern nein wir haben ja eine neue so den 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 ne, wie kommen wir dann jetzt mal so und dann noch mehr so so jetzt bauen wir hier so so ja ok und jetzt nicht schreiben, dass ich die Fackel vergessen habe, die ist extra da damit da keine Monster oder sonstige gespawnt ok gucken wir noch in unserem Glas da ist er schon wieder fertig dann verbrennen wir ne, verbrennen wir gar nichts wir machen so so Fackeln so haben wir auch erstmal 56 Fackeln so können wir uns ja noch ein paar Fackeln leisten dann können wir ja noch hier eine anbringen da 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 hier da und hier ok was ich noch machen wollte ist ne, dafür müssen wir wieder zurück so gehen wir eben hier hin machen uns aus jetzt haben wir aber so haben wir wieder Stickies ne, die können wir genauso gut aus so dann so in der Axt wollte ich aber gar nicht was wollte ich denn was wollte ich denn ach ja genau wir brauchen eine Steinhacke und dann überlege ich gerade mal eben ne, Schaufel brauchen wir nicht gut gehen wir jetzt mal wieder nach oben hier gut gut ok dann machen wir jetzt mal so so da auch noch so dann haben wir noch ich habe hier wieder der Kiste gelassen war ja klar Mann oh Mann wir brauchen was zu essen nein ne, 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 ne so unsere unsere Samen so und dann können wir auch wieder nach oben gehen so sehr gut die brauchen wir gleich so schwupp, schwupp, schwupp da kann jetzt unser Getreide wachsen wir haben auch noch zwei machen wir hier noch hier noch eins und dann noch dann eins dann machen wir da auch noch so genau gut jetzt können wir du 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 hier bringen wir nochmal eine Fackel an und dann da ok dann können wir uns gleich eigentlich mal ein Haus bauen dafür bin ich mal dafür brauchen wir dann auf jeden Fall brauchen wir dafür noch ein paar Bäume umgeaxtet noch Tür brauchen wir dafür ne, wir gehen jetzt erstmal Holz hacken wir haben ja noch nein, haben wir natürlich nicht mehr und hier auch nicht mehr dann machen wir uns eben du 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 ne, aus Eisen machen wir die nicht so eine Axt ne, eine Axt ist uns zu wenig wir brauchen zwei so damit gehen wir nach draußen und fällen ein paar Bäume so jetzt fällen wir mal ein paar Bäume so hier so dann noch hier ok und dann noch hier ok dann gehen wir auch wieder zurück so hm ok was werden wir im nächsten Let's Play machen wir werden uns unser erstes Haus bauen ok dann bis zum nächsten